Ich hab gedacht, ich krieg das vielleicht irgendwie so da drüber geworfen. Aber anscheinend nicht. Ja, wie mach ich das kaputt? Hä? Wie jetzt? Wie ist denn das jetzt kaputt gegangen? Geht das doch mit den Fässern? Das ist ja fantastisch. Hopps. Und dann einmal nach oben klettern. So, jetzt ist die... Alter Schwede. Ich kletter hier nach oben. Ich kletter hier nach... Bin ich hier richtig? Wir laufen mal hier rüber und dann gucken wir mal, ob wir jetzt irgendwie zu dem Scheinwerfer kommen. So, wir sind jetzt jedenfalls auf der Brücke. Und den Scheinwerfer soll ich ausschalten. Hupst. Hab ich denn die Pistole? Oder ich probier's mal mit der Armenbrust. Soll ich mir mal die Wahlölreserven ansehen? Vermutlich noch sagt... Warum? Die Lichtmusen. Hey, hör! Umziehen die! Du alt! Du alt! Du alt! Du alt! Du alt! Da kommt jetzt mit... Natürlich! Jetzt hab ich sie! Und singe die! Behaltet ihn im Augenblick! Ach, kommt, hört doch auf mit euren fucking Granaten, ey! Ach, die werfen Steine! Die Pussis! Alter! Leckt mich fett, ey! Wieso werfen die Steine? Ich möchte auch Steine werfen können. Na, aber naja. Hoffentlich lädt er es jetzt auf der Brücke oben. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Scheißenbräck, Mann. So, ich hoffe, es ist kaputt. Natürlich nicht. Jetzt hab ich natürlich nicht mehr das Glück, dass ich's schaffe. Nein! Gar ficken, ey! Das Glück hab ich jetzt natürlich nicht mehr, dass ich das irgendwie... hinkriege, dass das nicht mehr... dass das wieder kaputt ist. Meine Güte! Ich hätt' natürlich auch auf der Brücke speichern sollen, ich Idiot. Ach, fuck you, ey! Jetzt, komm! Wahrscheinlich ist es nicht kaputt. Oh, doch. Jetzt... Jetzt auf einmal wieder. So, hops. Und dann einmal nach oben. Und hier auch nochmal nach oben. Äh, oder auch nicht. Hä? Hä? Okay. Jetzt sind wir auf der Brücke. Da speichere ich nochmal ganz kurz ab. So. Dann schauen wir mal. Ich darf mich hier auf jeden Fall... nicht erwischen lassen. Ah ja, du hast also nichts zu tun. Okay. Jetzt sind wir oben. Gut. Das wär erledigt. Jetzt soll ich zu Sokolovs Haus. Moment, ich glaub' ich schmeiß' die mal... ...hier drüber. Damit sie die Scheinwerfer auch ja nicht anmachen können. Ich muss mit dem Haberkraut aufhören. Scheiße. Wie soll ich denn zu Sokolov hinkommen? Was? Was? Hilfe! Wo sind die? Hä? Schnell! Was gut ist gefunden? Verschwinde, Idiot! Cool, die haben mich noch nicht mal als Datentäter erkannt. Ist ja super. Zu Mitro-Substation gehen. Ja, das ging ja jetzt eigentlich relativ fix, wenn man weiß, wie man's machen muss. Ach ja, ach ja, ach ja. So, dann gucken wir mal, ob wir Sokolov finden. Ich hab' mir hier zufällig ne Rune. Nur ein Knochen-Artefakt und da hinten... Ach, da ist ne Rune. Drei von fünf. Okay, einen Heiltrank. Bisschen Dosenfutter. Dann ne ich mal wieder teleportieren, ja. Und dann... Mal gucken. Ne, aufs Klo muss ich jetzt noch nicht. Waschbecken trinken. Ah ja. Sokolovs Haus. Boah, die Aussicht ist einfach geil. Okay. Ich schau mal auf der anderen Seite. Äh, ist ja super. Ich liebe es, wie sie sich drehen und drehen. Wie hat die Räder? Weiter und weiter. Wie das Rad des Lebens. Ein wundersames Symbol für den Fortschritt. Die reagieren gar nicht drauf, das ist ja doof. Wie hat die Räder? Wie war die Räder? Wenn ich dich finde, hast du mir da bist. Wie ist die Räder? Wie verbiegt die Räder? Ob sie mit dir? Ha ha. Armbrust. Tod. Tod. Und da war es nur noch einer. Aber ich habe keine Bolzen mehr. Das ist natürlich nicht so praktisch. Dann nehme ich mal... Komm, Brandbolzen. Nein. Verdammt. Okay, Moment. Anders. Nein, nicht die Pistole. Kann ich da... Komm ich da rein? Nee, komm ich nicht. Scheiße. Da oben komm ich auch nicht hin. Dann nehme ich eben hier normale Kugeln mit. Und dann gucke ich mal, was hier so feines ist. Aber hier scheint nichts weiter zu sein. Dann nehme ich den letzten Brandbolzen und dann zünden wir die letzte Wache an. Ja, brenne, brenne, brenne. Ja, brenne, brenne. Was willst du denn? Scheiße. Ach, komm. Scheiße. Gut. Hat er seinen Stahlhelm noch weggeschmissen? Ach ja, jetzt muss ich hier irgendwie... Dieses Fenster da, halt diese komische Lichtwand oder wie man das auch immer nennt. Alter Schwede. Wie komme ich denn... Wie soll ich denn das machen? Okay, da komme ich anscheinend nicht durch. Ach, du sollst doch da rüber. Ja. Öffnen und dann nehmen wir das mal mit. Und komme ich hier hinten wieder raus. Naja, natürlich nicht. Warum sollte das auch so funktionieren? Und schon sind wir bei Sokolovs Haus angekommen. Alter, da wohnt er in der Bruchbude. Echt, ey. Was haben wir denn hier? Bitterleaf, Crematorium and Fluidworks. Ah, ja. Okay, damit treten wir Sokolovs Haus, beziehungsweise das nördliche Ende. Begib dich zum Schleichen in den Schleichmuss und bleib in Deckung. Schatten vermindern deine Sichtbarkeit nur aus der Distanz. Sammle Knochenartefakte und wähle im Tagebuch aus, welche aktiv sein sollen. Okay. Nördlicher Bridgeway. Ratten. Scheinwerfer. Eine Rune. Doch wie bekomme ich sie? Das ist hier die Frage. Natürlich befindet sich die Rune da oben. Okay. Alter, wo wohnt denn der? Ich denke, das ist ein Arzt. Der wohnt hier in so einer Ghetto-Gegend. Alter, wie soll ich denn da... Ach, du Heilige... Ach, du Heilige... Ach, du Heilige... Ach, du Heilige... Ach so, die Rune... ist da oben... Genau da drinnen. Bloß, wie komme ich da hin? Irgendwo da sind Wachen. Da ist Sokolovs Haus. Wo ist... Ach, du Scheiße. Okay. Ich weiß also jetzt, wo die Rune ist. Jetzt muss ich da nur noch gucken, wie ich da irgendwie hinkomme. Und hier sind Ratten. Hat sich ja gelobt. Blöde Ratte! So, da habt ihr was zu essen. Esst euch selber! Alter! So, ich glaube, das war's. Die weißen Ratten muss man, glaube ich, töten. Okay. Dose mit gepökelten Hexenfisch. Mana-Elexier kann ich leider nicht mitnehmen, aber ich könnte mal eins trinken. Und dann kann ich das nämlich auch wieder mitnehmen. Okay. Mal sehen, wo ich jetzt hier hinkomme. Sieht ja alles sehr einladend aus. Stirbt, ihr Ratten! Blood from the eyes send us food, not bullets. Ach, jetzt bin ich hier wieder. Das ist ja super. Ein Armbus-Bolz. So. Der ist erledigt. Alter. Den kann ich auch nicht ausschalten. Nee, geht einfach nicht. Da ist jemand hinter dem Dings eingesperrt. Ich weiß nicht, ob ich den befreien kann oder soll. Okay, der hat mich noch nicht gesehen. Ich werde dein Versteck finden. Hier! So, flüchtet! Er ist weg. Ich weiß, dass du hier um bist. Ja, Feuer! Alter! Boah, ist der gut! Ruhe in Frieden. Habe ich jetzt gerade Zivilisten befreit? Ach, du Heilige. Ach, du Heilige.